Herr Fronski, sind Sie soweit? Ja. Gut. Also, wir laufen. Der Ton läuft. Die Kamera läuft. Prima. Also gut. Herr Fronski. Ja. Sie wissen, warum Siegfried Teitelbaum sterben musste? Ja. Und? Herr Fronski. Herr Fronski. Hallo. Ja. Sie wissen, warum Siegfried Teitelbaum sterben musste? Ja. Nein. Hey, was machen Sie in meinem... Ah. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Ich sage... Ich sage... Sie wollten schon immer wissen, warum Siegfried Teitelbaum sterben musste. Sie wollten es wissen. Geben Sie es zu. Es begann, wie immer, mit einem Auftrag. Und? Nehmen Sie an. Habe ich eine Wahl? Nein. Aber die Probleme... Wo ist es? ...ließen nicht lange auf sich warten. Wo hat es sich hingetan? Wo hat es sich hingetan? Ich gehe hier noch durch. Ich gehe hier noch durch. Ja, da... Scheiße, doch mal! Obwohl alles so einfach schien. Excuse, Signore. Si prego. Mir reicht es. Wie ist es denn bis hier? Wer glaubt ihr zu sein? Mr. Superchunk-Sandwich-fressendes Arschloch. Na, mein Schatz? Wo ist es? Wo ist es? Hey, hier ist es doch. Das ist das Falsche. Katzen! Aber nichts ist einfach. Ja, das wäre schon kompliziert. Aber schauen Sie, so ist es gegangen. Hätten Sie nicht gedacht? Oder? Nee, hätte ich nicht gedacht. Möchtet Sie auch? Nö. Ganz und gar nicht einfach. Hier. Als kleiner Anreiz. Deutsche Mark. Wer nimmt die denn noch? Keiner. Außer uns. Ich brauche aber Superchunk! Sorry, Schatz. Superchunk war ausverkauft. Ausverkauft? Was? Scheiße! Jetzt bereut ich dich. Ich! Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste. Teitelbaum. Alles klar. Nichts ist klar. Was soll das heißen? Weil das immer so ist. Kapiert? Wie, kalt! Einfach kalt! Mach ihn kalt! Kalt, mach ihn schienen! Kappen Sie auf! Niemals! Oh doch! Oh nein! Arbeitest du schon lange hier? Wenn ich das noch wüsste. So schlimm? Ja. Ganz schlimm. Echt jetzt. Schlimmer geht nicht. Eine Geschichte über Vertrauen. Er warf sie angesetzt! Ich glaube ihnen kein Wach! Sie sind dünner als ich dachte! Freundschaft. Du bist wirklich kein netter Freund. Stimmt. Das ist sehr unfreundlich. Stimmt. Aber es hilft. Sensible Frauen. Es reicht. Halten Sie endlich Ihr dummes Maul. Liebe. Und Superjump. Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste. Ein Film von Axel Steinmüller und Bogdan Kramlitschek. Ab 2013 in Ihrem Kino. Ganz einfach. Machen Sie ihn kalt.